Rote Wolke, treue Tatze. Ihr habt großen Mut bewiesen. Ihr habt die eklige Riesenraupe gegessen, ein Ei aus dem Nest des schwarzen Adlers gestohlen und den Steppenkojoten von Zecken befreit. Deshalb benenne ich dich, treue Tatze, hiermit zum Krieger. Weiser Waschbär, und was ist mit mir? Tut mir leid, Rote Wolke. Ich hatte gestern Nacht noch ein Gespräch mit Manitou. Was? Er will noch eine Mutprobe von dir. Was? Noch eine Mutprobe? Du musst das Herz eines Mädchens gewinnen, du Armer. Eines was? Eines Mädchens? Wie ätzend. Kein geringeres als das Herz von kluge Feder. Weiser Waschbär, bitte den großen Manitou um Gnade. Weißer Waschbär hat gesprochen. Es gibt zwei Arten von Leuten, die man mit Gold leicht für sich gewinnen kann. Banditen und Mädchen. Weißt du, Gene, ich werde nicht den Rest meines Lebens in dieser verlassen Goldmine schuppen. Bald schon werde ich meine eigene Jeansfabrik eröffnen. Und woher hast du die ganze Knete dafür? Ich habe früh angefangen, mir was auf die Seite zu legen. Wow, sieh mal, das Zauberpulver der Weißen. Damit sprengen sie die Löcher in den Felsen. Ich verschaffe uns mal einen Überblick. Macht's gut, die Goldmine gehört uns. Treue Tatze, zieh dir das an. Oh, ein riesiger Klumpen Gold. Wenn kluge Feder den sieht. Oh, noch mehr Zauberpulver. Treue Tatze, jetzt komm schon. Ja, ja, ich hab's gleich. Es muss irgendwas mit Feuer zu tun haben. Oh, treue Tatze. Das Zeug ist der Wahnsinn. Warum muss kluge Feder ausgerechnet die Tochter des Häuptlings sein? Nimm es wie ein Krieger. Ich grüße dich, Häuptling scharfe Kralle. Ich bringe ein Geschenk für kluge Feder. Ein Geschenk für mich. Hol zu, rote Wolke. Kluge Feder. Für mich bist du schön wie... dieser Klumpen Gold. Du schenkst mir einen Stein und sagst, ich seh aus wie ein Klumpen? Du hast sie wohl nicht alle! Sie kommt ganz nach Häuptlingscharfe Kralle. Lass uns zu Plan B übergehen. Die sehen ziemlich wüst aus. Wart's ab. Wenn die erst das Gold sehen, fressen die uns aus der Hand. Du genau, schweck mich mal. Wen haben wir denn da? Sieht aus wie zwei lebensmüde Indianer. Ich grüße euch, Banditen. Nenn mir einen Grund, dir nicht die Federn vorm Kopf zu pusten. Hier ist ein dicker Klumpen Gold. Was? Gold? Und noch so einen bekommt ihr, wenn ihr mir bei meinem Plan geholfen habt. Macht eine Dose Bohnen auf. Wir haben Gäste. Also, noch mal zum Mitschreiben. Kluge Feder geht nachmittags im Grenzland spazieren. Ihr reitet auf sie zu und gebt vor, sie überfallen zu wollen. Ja, gefällt mir. Kurz darauf komme ich auf meinem stolzen Pferd, schwinge meinen Tomahawk und schlage euch in die Flucht. Der Kleine würde einen verdammt guten Banditen abgeben. Oh, ein Geier. Sie würde denken, dass du der tapferste Krieger bist, der ihr je unter die Augen gekommen ist. Da sind die Banditen. Wo wollen wir? Kommt ab! Weg, geräumigen Kulioten! Höher! Na los, zeig's ihnen! Geld oder Leben? Wenn mein Vater euch der Weg verbittert, dann die Geier! Schuss! Jetzt geht doch noch Leben! Verdammt! Das Geräusch kenne ich doch! Gehört das zum Plan? Wir hauen ab! Komm, Valerie! Los, lass uns abholen! Wir passen! Ja! Das nächste Mal bist du ein Grand-Indianer-Mädchen! Ach nein! Jetzt habt ihr wohl die Hosen voll, was? Beim Tomahawk, was wollen die denn hier? Junge Dame, es tut mir leid, aber Sie befinden sich auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sind vorläufig festgenommen. Das ist jetzt nicht die Hand, oder? Ich wurde gerade von Banditen überfallen! Ganz ruhig, Fräulein, mein Pferd noch ganz durcheinander. Ach, lass mich sofort hier runter! Hey, Arthur, wen hast du denn dabei? Ich hab ne Gefangene. Ist einfach über die Grenze marschiert. Na dann, willkommen in Vortray! Lass mich hier rauf! Wenn sie kluge Feder einhakern, dann... Dann... Gründscharfe Kralle uns die Haare. Treue Tatze, was willst du mit dem Zauberpulver? Und was willst du mit dem Biber? Los, Biber, beiß dich durch! Rote Wolke! Hier, hier! Ich bin hier, du blind Fisch! Wen haben wir denn da? Keine Bewegung! Und den Tomahawk ganz langsam auf den Boden legen. Sie haben rote Wolke! Ja! Lauf los! Zeit für den großen Angriff! Wuhu! Indianer greifen an! Was? Indianer? Indianer! Wuhu! 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 Die Balustrade! Die Balustrade, ja! Du! Bleibst, wo du bist! Komm raus, ihr Feiglinger! Ich seh niemanden! Es ist zu dunkel! Schieß einfach! Ja! Aber auf wen denn? Stehen geblieben! Zurück! Aber, aber, du kannst ja nicht! Rote Wolke! Na, endlich! Kluge Feder! Hab keine Angst! Ich hab keine Angst! Der Roddy Ball! Jihah! Schnell! Hier lang! Rote Wolke! Du hast es nicht geschafft, das Herz von Kluge Feder zu gewinnen! Kann ja jeder kommen! Dennoch ernenne ich dich hiermit zum Krieger! Hä? Aber weiser Waschbeer, warum das denn? Ich hatte heute Nacht wieder ein Gespräch mit Manit. Er sagt, ich solle dich nur Ja zum Krieger nennen, bevor du und treue Tatze noch mehr Unfug anstellt! Oh, hey! Es war geil! Ich bin solle dich, die Leute, 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 die Leute Untertitelung des ZDF für funk, 2017